Herr Zünd, im Vorfeld der Textprozess 2015. Welche Erwartungen haben Sie an die Messe? Unsere Erwartungen an die Messe sind sehr vielschichtig. Einerseits geht es natürlich immer darum, möglichst viele neue Kundenkontakte zu knüpfen. Das ist sicherlich die grösste Motivation. Nebst aber den neuen Kundenkontakten steht für uns auch das Networking im Vordergrund. Also die Messe ist immer auch eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Plaschenteilnehmern auszutauschen, mit neuen Materiallieferanten, neuen Technologien in Kontakt zu kommen. Zeitgleich mit der Textprozess findet die TechTextil statt. Welches Synergiepotenzial erwarten Sie? Grundsätzlich ist es sicherlich sinnvoll, beide Messen parallel abzuhalten. Sehr oft ist es der Fall, dass die Materialeigenschaften quasi die Konfiguration des digitalen Schneidgeräts vorgehen. In unserem Anwendungsfall hier zum Beispiel sehen wir, dass wir mit einem bedruckten technischen Textil, mit unserer Maschine konturgenau diese Kontur quasi ausschneiden können. Herr Zünd, ein guter Grund, warum Sie Aussteller der Textprozess 2015 sind. Die Teilnahme der Textprozess 2015 steht für die Firma Zünd eigentlich ausser Frage, denn die Anzahl und die Qualität der Leads, aber auch die Internationalität von den Kontakten, die wir an der Messe 2013 generieren konnten, war sehr hoch. Auf diesen Gründen ist es für die Firma Zünd Systemtechnik AG bereits klar, dass wir auch wiederum an der Textprozess 2015 Aussteller sein werden.